Hey, mein Freund. Zwei Guinness, bitte. Ja, einen Moment, bitte. Ich muss nach unten und das Fass wechseln. Reg? Ron? Die Richardsons waren dann doch verhindert, also werden wir uns jetzt um euch kümmern. Ach, ist schon gut. Der Wirt schließt ein neues Fass an, danke. Stört euch doch nicht, wenn ich mir was einschenke, hm? Was ist das? Was denkst du denn, Schwuchtel? Das ist eine Waffe. Es ist nicht wie Nudelholz, sieht das für mich aus. Bist du eine kleine Hausfrau? Was soll das werden? Backst du mir einen Kuchen? Singst mir ein Lied und siehst zu, wie ich meine Katzen auspuste. Ich bin hier, weil ich eine verfluchte Schießerei haben wollte. Eine richtige Schießerei mit ein paar richtigen Männern. So wie Connor Custer und Geronimo mal von denen gehört. Nein, du warst so beschäftigt, damit Geburtstagstärztchen zu backen, da hab ich recht. Reg, das ist ein Haufen Kinderficker, allesamt nicht mehr als Kinderficker. Geh mir aus dem Weg, da los, verpiss dich schon. Und ihr nicht durch Gagster, ihr Wichser? Eine Schießerei, er ist eine Schießerei, ihr verfickte Idioten! Wie im Western. Wichser! Peinlich ist das hier. Zeitverschwendung ist das! Also, der Bruder hat sich verdrückt. Nein, der ist nur ehrlich enttäuscht von euch, mir nicht. Also, ihr werdet ihr, ihr werdet ihr. Dannt das nächste Mal. Vielen Dank.